Herzlich Willkommen, liebe Interessenten, in den Herzapotheken in Hamburg. Sie finden uns in Hamburg-Rahlstedt, Tonndorf und Nedderfeld. Lassen Sie sich herzlich auf einen Rundgang einladen. Eine kompetente pharmazeutische Beratung steht bei uns an erster Stelle. Die moderne Technik ermöglicht uns hierbei, mehr Zeit für Sie zu haben. Gern liefern wir Ihnen Ihre Medikamente auch nach Hause, wenn Sie mal nicht selbst zu uns kommen können. Zu den klassischen Dienstleistungen der Herzapotheken zählen die Herstellung von individuellen Rezepturen sowie die Durchführung von Gesundheitschecks. Besonders stolz sind wir auf unser reichhaltiges Kosmetikangebot mit der angeschlossenen Kosmetikkabine, die uns ein wesentliches Stück mehr zur Wellness- und Wohlfühlapotheke macht. Unser Leistungsspektrum reicht von der typischen Hautklar bis hin zur exklusiven Anti-Age-Behandlung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017